Ende November fand in Wartberg zum 10-jährigen Jubiläum des Berchten und Krampusvereins Wartberg Pass ein Jubiläumslauf statt. An die 20 Berchtengruppen aus ganz Österreich waren anwesend, um das 10-jährige Jubiläum der Wartberg Pass zu feiern. Die über 2000 Besucher waren dabei, als ein Engel aus Salzburg einen Heiratsantrag von einem Teufel bekommen hat. Wartberg Pass Führst du dich schon? Weiß ich nicht. Ui. Weiß mir nichts da. Weil ich keine Angst habe. Und dann ist es auch ein Engel. Ja. 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 War wieder einmal sehr spannend. Haben es gut gemacht. Gratulation an die Wartberg Pass. Ja. Ja. So viele Gruppen da. Viele Leute sind zuschauen gekommen. Hat mir sehr gut gefallen. schon gemeinsam. Ja. See the brand.